Manchmal gibt es Spiele, wo man denkt, tu das Note! Dann sind wir raus. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe des Retro-Clubs, der euch animieren sollte, zu abonnieren, zu Glocken, zu Instagrammen und die Däumchen zu machen fürs Liken. Das ist sehr, sehr wichtig, denn dadurch wird Engagement, dadurch wird Verbundenheit und guter Wille von euch diesem Format gegenüber gezeigt, dass es möglichst auch viele Leute sich anschauen wollen. Heute geht es um Remakes, ein Thema, was wir häufiger schon mal angegangen sind im Retro-Club. Aber es sind nicht die ersten Remakes aller Zeiten, nicht die besten, nicht die schlechtesten, sondern die unnötigsten, eventuell. Das wollen wir heute nämlich herausfinden, denn wir werden uns Neuauflagen von alten Klassikern angucken, wo wir uns nicht ganz sicher waren, tut das wirklich Note? War es wirklich wichtig, diese Remakes zu machen? Das heißt nicht, dass es schlechte Spiele sind oder schlechte Remakes, schlechte Neuauflagen, aber irgendwie überflüssig. Und das werden wir entscheiden, wenn wir uns die Games heute angeguckt haben. Bevor wir das aber machen, haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache, denn irgendwo taucht das in Bälde jetzt hier auf. Eventuell habt ihr es mitbekommen. Ich bin gerade fleißig dabei, ein Buch über Videospiele zu schreiben, speziell Retro-Videospiele. Das offizielle Retro-Club-Buch, das ABC der Videospiele, kommt am 21. Oktober 2021 heraus. Schaut in die YouTube-Videobeschreibung und in die angepinnten Kommentare für die entsprechenden Links, damit ihr draufschauen könnt. Und ich habe es schon mal ausgeführt, bin da schon seit längerer Zeit dran. Es wird so eine kleine Sammlung an verschiedenen Artikeln, die sich von P wie Probotector über E wie EA Sports bis hin zu E wie East zum Beispiel drehen, wo ich mich ein bisschen ausgetobt habe. Und ich bin sehr gespannt darauf, habe bisher sowas in der Form noch nicht gemacht. Aber es war das, was ich nochmal verwirklichen wollte. Und dann hat man ja noch was in der Hand zum Retro-Club und nicht zum Spielen. Gehen wir zurück aber aufs eigentliche Thema, zu den überflüssigen Remakes. Wir werden im Speziellen quasi das gesamte Werk, fast das gesamte Werk, uns einer Firma und einer Produktlinie angucken, die gegen Ende der 90er entstanden ist, Ende der 90er, Anfang der 2000er, auf der PlayStation 1. Und zwar von Hasbro Interactive, dem damaligen Rechteinhaber. Das ist eh alles ein bisschen verquert, weil die Firmen so viel aufgespalten und verkauft und Namensrechte nochmal weitergegeben wurden. Soll ich nicht mal weiß, wo vorne und hinten ist. Aber zu der Zeit verfügte Hasbro Interactive über den Namen Atari und viele der Lizenzen. Und was sie gemacht haben zur PlayStation 1, ist viele alte Klassiker nochmal neu auflegen. Wir lassen mal die erste Mats laufen. Und natürlich, wer würde einen noch größeren Klassiker finden, als das originale Pong rausgekommen, 1972 in der Spielhalle. Digitales Tennis, ein Punkt, der herumgeht, zwei Schläger, die man fliegen, die man flattern lässt. Und ja, ein zeitloses Konzept, was natürlich x-fach kopiert wurde und damals ein großer Spaß gewesen ist. Heute muss man mal schauen, im Jahr 2021, wo wir das gerade aufnehmen, ob man da noch so viel Motivation daraus ziehen kann. Aber was ist denn mit Ende der 90er? Und eines der Spiele, die sie gemacht haben, wir gehen aufs Ingame, da einmal drauf, ist eine Neuauflage von Pong gewesen. Pong, The Next Generation, oder irgendwie hieß es, The Next, irgendwas schießt mich tot. Und da hat man quasi das Pong-Spielprinzip genommen und geschaut, wie können wir das mit Grafik modernisieren, was können wir am Spielprinzip noch mal ändern. Und ja, wenn man schon mal die Rechte hat an Pong, kann man dann sehen, was man damit anstellen kann. Aber ich weiß jetzt nicht, wer so videospielaffin gewesen ist und im Laden dann reingegangen ist und sich entscheiden kann zwischen Rich, Razor, Tekken und Pong, ob er dann Pong mitgenommen hat. Wir können das erste Design im ersten Level uns hier quasi dem Pinguin widmen. Also man hat versucht, so ein paar kleine Settings sich auszusuchen, die das Gameplay noch mal ein bisschen verändern. Ansonsten aber bleibt es gleich. Ich bin der rote Pong-Block. Was mir ganz gut gefällt, ist hier, dass ich, wenn der Pong-Stab hier anstößt, der Pong-Stick, ich weiß nicht, ob die offizielle Namen haben, Ping und Pong, oder so glaube ich, haben wir sie mal bei Game One genannt. Ich muss hier aufpassen, weil teilweise noch mal mehr Schneebälle rauskommen, die das wegmachen, dass sie, wenn du andotzt an der Wand, dass sie auch noch so mal leichte Bewegungen hier drin haben. Immerhin, die Grafik ist flüssig und jetzt hat er schon, jetzt hat er zwei Punkte gemacht. Irgendwie tauchen da auf einmal von dem Pinguin eigene Schneebälle auf und hauen wir noch mal extra Punkte rein. Natürlich könnt ihr auch Multiplayer machen, jetzt im Singleplayer übernimmt die KI das. Wenn ich das anstellen kann, oh und ich habe noch mal einen Ballsaver, hiermit bekommen, mit einer Robbe, die hier da dran geht. Ja, ey, dieses Prinzip ist natürlich nie ausgelutscht. Du kannst immer so ein bisschen was draus machen und die haben hier durchaus ein paar nette Ideen gefunden, um das anzupassen, um jetzt Settings zu machen, die das Gameplay auch verändern mit den in der Mitte bewegenden Pinguinen, mit den Extras, die hier dazukommen. Guck mal, ich habe auch schon sieben Punkte. Ich habe nicht gesehen, wo ich die alle gemacht habe, aber habe ich anscheinend gemacht. Okay. Ich sehe noch mal, wegdrütteln. Aber wie spaßig ist das auf Dauer? Na, ja, hol dir vielleicht ein paar Kumpels zusammen, mach da ein paar Multiplayer-Duelle. Vielleicht ist das ein lustiger Gaming-Abends Ende der 90er gewesen. Aber dann hätte ich, ich hätte mich wirklich, dann nochmal, wenn ich das dann direkt zum Launch geholt hätte für den Vollpreis, oder zumindest das, was es damals gekostet hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass die gleich dann das Äquivalent von 70 Euro hätten wir haben wollen für die Games hier, dass ich da nach so einer Runde nicht schon gesagt hätte, es reicht mir auch irgendwie so. Also ich habe eigentlich schon auch alles aus dem Spiel hier rausgeholt, was ich rausholte. Wir schauen mal kurz in den zweiten, weil da ist, wie gesagt, die Kreativität immerhin da, weil das zweite ist beispielsweise Fußball thematisiert und funktioniert so ein bisschen wie Tischkicker, wo man zwei Blöcke steuert. Aber da fand ich schon zum Beispiel, da fand ich es sehr schwierig, vernünftig zu steuern hier. Ja, okay, warte mal, ich habe hier den Ball. Dadurch, dass hier direkt schon mal der zweite Block ist, finde ich schwierig, oh Gott, schwierig direkt abzusehen, wo der Block mir die Sachen jeweils hinlenkt. Und ich spiele es auch gerade hier mit dem Steuerkreuz, Analogstick geht es auch, aber ich weiß nicht, ob das die Einstellung ist, die ich gemacht habe. Der Analogstick ist nicht unbedingt feiner als jetzt die Sticksteuerung. Also es kann auch eine Einstellungssache sein, dass du mit dem Analogstick hier eigentlich besser fährst. Diese Games sind auch eher darauf ausgerichtet, wenn ich solche Spiele auf dem Matari 2600 gespielt habe, als alter Herr, ne, dann, ach verdammt, das hätte nicht sein müssen. Auf dem Matari 2600 gespielt hätte, dann hätte ich Drehregler benutzt, die sogenannten Drehregler-Paddles, wurden sie damals auch genannt, also die, ähm, mit denen man, ähm, Oh, 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 komm, der geht rein. Der gehört rein, sehr gut, vielleicht schaffe ich's noch. Äh, Drehregler benutzt, die dann, ähm, nicht eben mit dem Steuerkreuz, das benutzt haben, wo du nämlich filigran analog, äh, die Drehkreuze, Oh, ist das Sudden Death jetzt? Penalty! Oh Gott. Ach, komm, das war nicht cool. Mit dem, und was ein, okay, warte mal, okay. Warte mal, wie konnte ich den Ball denn da jetzt so hinlenken? Das ist nicht geil. Oh, ah, okay, war daneben, auch wenn ich auf falschen Ecke stand. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Ähm, ich hab dann lieber die, Pedals benutzt, weil die auch eben wirklich, mit den Drehreglern sehr genau du das steuern konntest. Und das hier ist eher so eine, selbst mit Analog-Sticks, so eine Näherung dran, wie das Spielprinzip vernünftig funktionieren kann. Es muss nicht heißen, dass es richtig geil hier läuft. Okay, noch ein Miss. No Winner, extra round. Das musst du, okay. Oh Gott, jetzt muss ich, jetzt bin ich an der Zugzwang. Jetzt muss ich treffen. Das war daneben. You lose. Trigon, nein. Lassen wir's mal. Keine schlechte Version des Spieles. Wie gesagt, einiges an Kreativität mit dabei. Aber so richtig notgetan, hat er's nicht. Na? Gehen wir zum nächsten Mats mal über. Wenn du Pong neu auflegst, wer hat dann natürlich nicht im Jahr nach Missile Command geschrien. Eigentlich ein schönes Spiel, wo ihr eine Stadt verteidigen müsst von Aliens, die von oben Raketen schmeißen. Die Spezialität hier war, dass man eben mit dem Fadenkreuz dann gesteuert hat, wo die eigenen Abwehrraketen hin können. Man hatte drei verschiedene Schussstationen, die dann verschieden durch Knöpfe ausgelöst wurden. Und das Interessante war, dass einem auch dann die Projektile ausgehen können. Sodass man also auch sehr taktisch schießen musste. Also ein bisschen Spielspaß ist dabei. Habe ich auf dem Atari hauptsächlich gespielt. Missile Command wurde natürlich auch jetzt hier in der Generation aufgelegt. Und natürlich musst du das cool machen für die moderne Zeit, für die 90er Jahre. Und ich bitte gleich mal im Speziellen auf die Sprachausgabe zu achten. Wir gehen aufs Ingame einmal drauf. Wir haben die deutsche Version hier. Und es ist ... Okay. Wir filmen mal deutsch aus. Es war ein großer Tag, als wir es entdeckten. Ein großer Tag war es. Ja. Aliens. Da kommen sie. Äh. Und die Nachrichten sprechen da, glaube ich. Aber jetzt kommt keine Sprachausgabe. Jetzt soll ja aber gleich wieder welche kommen. Hier Forschungsschiff Orion. Wir untersuchen Objekt 1. Wir orten seltsame Aktivitäten. Scheinbar ein Alien-Raumschiff. Willkommen. Da sind sie, die 90er-Breakfeets. Willkommen. Commander. Commander. Commander, Commander. Hatte der, äh, Raumschiff-Kapitän oder was auch immer der gewesen ist, der sowieso sehr, sehr trocken, das da gerade erzählt, hat er so ein leicht Hamburger Akzent gehabt. Willkommen, wer der Aliens. Ähm, modernisiert, 3D-Optik dahingetan. Eigentlich das ähnliche Spielprinzip, aber die Cutscenes, finde ich Hammer. Das Intro war ja schon mal so ein bisschen, vor allem durch die Sprachausgabe. Aber schaut euch mal an, wenn ich hier den ultimativen Modus starte, das ist sozusagen der Story-Mode so drin, der will uns natürlich auch zeigen, wie diese Geschützturme besetzt sind. Und mehr 90er als das. Geht nicht. An alle Einheiten, alle Sektoren sind das Ziel einer schweren Invasion. Alle Einheiten gefälsbereit. Sie erhalten jetzt ihre neuen Zielkoordinaten. Formieren Sie sich und greifen Sie an. Greifen Sie an! Schaust dir an. Oh Gott, ich muss los. Käpt'n Kirk für Arme. Da, mein Signal. Ich muss los. Die Frau auf dem Schießstand. Oh Gott, die Aliens kommen. Packe ich mein Rückgrat ein. Und da sind diese 90er-Breakbeats, ey. Ich kann nicht mehr. Eine Änderung gegenüber dem Original, dass ich jetzt mobile Abwehrstationen habe. Und somit verschiedene Höhen mir angucken kann. Wo es richtig abgeht. Mit meinen Zilon-Raumschiffen hier. Der ist es wirklich. Allerdings, ich habe irgendwie Probleme bei dieser Version, verschiedene Projektile der Gegner vernünftig ins Visier zu nehmen. Ich habe hier zum Glück mehr Knöpfe auf der PlayStation, wo ich, ich kann mich auch ein bisschen höher bewegen, verschiedene Knöpfe hier, wo ich dann die unterschiedlichen Projektile auslösen kann. Und allerdings, ich weiß nicht, ob es das Delay ist, wo, ähm, bis die mal im Hintergrund ankommen, ich habe das Gefühl, dass ich die nicht zeitig erwischen kann. Und ich darf eigentlich nicht, okay, immerhin, gerade noch. Fast keine Raketen mehr. Äh, deshalb muss man ein bisschen so dahin schießen, wo man denkt, dass die Dinge ankommen. Und dann noch das Beste hoffen. Also da hatte ich das Gefühl, ich lenke besser. Oh, oh nein, nein, nein. Oh Gott. Jetzt habe ich die Stadt... Oh nein, und eine Stadt wurde zerstört. Millionen von Leben ausgelöscht. Aber ich schieße auf den Ballon. Nein, Welle 1 wurde abgeschossen. Da mitgemacht. Ja, okay. Du hast eine neue 3D-Optik. Du hast auch den klassischen Modus, den du natürlich spielen kannst. Aber jetzt spielen wir den ultimativen Modus. Raketen im Anflug. Ich bin mir sicher, wenn du das jetzt einige Stunden zocken würdest, dass da mit den Wellen noch mal was gemacht wird, dass du vielleicht mal noch ein bisschen präziser ballen kannst. Und, oh Gott, so, ähm, ich bin mal mit dem. Ne, der trifft nicht. Doch da. Ich möchte eigentlich den hier abschießen. Komm mal her. Halt die Schnauze. Okay, nein, halt nicht die Schnauze, weil es ganz gut ist. Dass wir mit der Munition dann lenken können. Munition verbraucht. Entschuldigung, Munition verbraucht. Also, modernisiert haben sie es. Na? Die Optik ist anders. Du hast Polygonoptik. Wobei du auch sagen musst, du hast Spiele, die die simpelste Grafik aller Zeit gehabt haben damals, als so ganz, ganz früher Klassiker von 70er und 80er Jahre. Und das modernisiert mit vergleichsweise simpler Polygonoptik. Selbst zur damaligen Zeit waren es jetzt nicht absolute Hingucker, diese Games. Ist da genug modernisiert, um das, ähm, lohnenswert zu machen? Ich hab übrigens gerade Ostaustralien verteidigt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Dann hier. Waren wahrscheinlich hier. Und jetzt sind die Ausländer schon in Westaustralien. Werde das gedacht? Schützen sie Westaustralien. Äh, oder auch nicht. Oder auch nicht. Genug davon. Ein weiteres Beispiel, wo ich auch sagen würde, da hätt ich wahrscheinlich das Geld lieber in andere Games zum Launch investiert, als jetzt in Missile Command. Aber das waren nun mal die Spiele, wo sie die Rechte hatten. Das war die Möglichkeit, die sie gesehen haben zum Upgraden. Ich weiß es nicht. Ihr sollt der Entscheider sein bei sowas. Tobt euch gerne in den Comments aus. Ähm, wenn ihr das YouTube-Video schaut, könnt ihr das natürlich machen. Ansonsten, wenn ihr's gerade auf dem Sender schaut, war so ein kleiner Moment. Wir machen nämlich eine Werbung. Herzlich willkommen zurück zum Rezo-Club. Das Thema sinnfreie Remakes. Es tut das Not, musste das sein. Von den Sachen, die wir bisher uns angeguckt haben, Pong und Missile Command, hab ich jetzt die Neuauflagen nicht zu 100% gebraucht. Wobei, wie gesagt, schlechte Spiele müssen's nicht sein. Aber, ob man sie gebraucht hat, das ist die Frage. Wir gucken uns die nächste Matze an. Natürlich, es geht weiter mit dem Klassikerreigen. Hasbro wird natürlich nicht die Finger lassen. Von Breakout, ähm, hier in der Atari 2600-Version. Ein bisschen moderner als das Original 78 rausgekommen. Also, genauso alt wie ich. Geil ist das. Ähm, hab ich tatsächlich sehr lang und breit gespielt. Sehr ähnlich, wie wir es mit Pong hatten. Ein Spiel, was man mit Drehreglern gespielt hat. Das heißt also, mit der entsprechenden Drehscheibe dran für analoge Bewegungen. Und, ey, es hat sehr schön als Spielprinzip funktioniert. Ja, äh, es ist auch eines der klassischsten Spielprinzipien. Dann später bei Arkanoid noch mal ein bisschen, ähm, aufgewertet. Das Brickgame wurde ja allgemein. Das war eines der Genres, wenn man angefangen hat mit Programmieren, war das eines der Spiele, die man versucht hat. Na, weil, das kann ja nicht so schwer sein. Es war zu schwer für mich, deshalb war ich auch nicht, weil er programmiert. Aber die, ähm, Liebe zu dem Genre ist da geblieben. Wir gehen aufs Ingame rauf. Das hier ist die PlayStation-Neuauflage von Breakout. Und ja, natürlich, frische Beats am Strand, die Atari-Decke, sogar ein Bikini, was auch immer, beim rosa Block. Ich weiß jetzt nicht, sind das die Pong-Blöcke, die dann hier noch mal unterwegs sind und Party machen? Gehen wir mal auf den Singleplayer hier drauf und starten ein neues Spiel. Ähm, natürlich musst du dir bei solchen Neuauflagen überlegen, da Story jetzt mit reinzutun, wie, oh nein, der Ball ist im Wasser. Was sollen wir bloß machen? Hm, der große amerikanische Block und, ich weiß es nicht. Ist das Kanada sein? Nein, ne? Weiß, rot, weiß. Nicht ganz sicher. Oder eine polnische Flagge oder so? Auf jeden Fall, oh, Bouncer, you're so brave. You're my hero, du bist mein Held. Ne? Vielleicht sind es auch keine Landesflaggen. Nur die Amis kriegen ihre Landesflagge. Der eine hat so Guerilla-Farben an, so ein bisschen. Der andere ist einfach rot. Also keine Ahnung, was die da für eine Mischung darstellen soll. Der eine Block geht los, um den Ball zu holen. Und wird, glaube ich, dann nicht nur den Ball holen, sondern ... Und die verwenden schon sehr viel Zeit auf Story. Jetzt hier gerade, finde ich hier. Ja? Ja? Wo sind die alle? Oh Gott, was ist passiert? Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Sie wurden empführt vom Badnicks. Ich kürze mal ein bisschen ab, weil das dauert halb ewiger. Natürlich, Bouncer wird eingeknastet, ist ja klar. Und muss ich jetzt in die Freiheit schlagen. Jawohl, Bouncer. Zeig Ihnen, wo der Ziegenbock den Honig hat. Ich überspringe mal hier kurz dieses Kapitel, weil ansonsten will er, dass ich ein Tutorial mache. Und das brauche ich, glaube ich, jetzt hier nicht so direkt. Äh, ähnlich wie sie es bei Pong aufgewertet haben, hat man hier eine 3D-Optik. Allerdings, ihr seht, hier ist die Perspektive in die Tiefe gemacht worden. Statt hier irgendwie seitlich oder dann hoch. Also nicht die klassische Top-Down. Wobei es sich ändert, wenn ich mich nicht recht entsinne von Level zu Level. Ich habe nochmal die Möglichkeit, hier durch Druck auf die Vierecktaste, nochmal, ich glaube, so ein bisschen extra Schwung zu nehmen. Und ich kann mich durch Druck auf die L- und R-Tasten. Kann ich den Ball so ein bisschen anschneiden? Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Dann, ähm, mit L2 und R2 geht es ein bisschen mehr. Da kann ich zum Beispiel hier nach rechts oder nach links anschneiden. Ähm, und das hätte ich nicht machen sollen natürlich, dass der Ball da rausgeht. Aber man hat immerhin nochmal ein bisschen mehr Möglichkeit. Das habe ich damals mit den Drehreglern mehr mit so einer Art Schwungbewegung gemacht. Hier kann man das zumindest, ähm, ein bisschen mit den L- und R-Tasten machen. Und ich habe mich mit meinem Ball, den sie mir unachtsamerweise da gelassen haben, mich durch die, äh, Knastwände hier durchgearbeitet. I'll have to jump. Spring, mein Freund, du hast eh keine Kniegelenke. Dir macht das nichts aus, dass du zum nächsten Part gegangen bist. Ich versuche mich mal reinzudenken, was die Entwickler, die die Aufgabe bekommen haben, damals gesagt, bekommen haben. Hey, wie könnt ihr eine moderne Version von Breakout machen? Breakout? Lass uns das doch wortwörtlich nehmen. Machen wir einen Knastrausbruch draus. Prison Break? Ingeil. Übrigens, ich habe, glaube ich, das Spiel jetzt hier fertig gecheatet. Indem ich gar nichts mache. Und einfach da! Scheiße. Kommt der Controller aus der Hand genommen. Schon hat die Physik da nicht mehr mitgespielt. Wollte gerade sagen, ich habe das super hier gelöst. Ähm, einen richtigen Knastrausbruch draus gemacht. Und mit Story obendran. Auch hier wiederhole ich einmal, wie gesagt, es soll nicht darum gehen, sind das schlechte Remakes und so weiter. Ähm, weil die Spiele, ich meine, das Prinzip hat damals funktioniert, bei den Ur-Releases. Und es funktioniert hier auch weiterhin. Ich kann vernünftig steuern. Ähm, so vernünftig es geht. Das Gleiche, was ich zu, ähm, Replay-Level? Recap Story? Nee, Replay-Level. Probieren wir da noch mal. Das Gleiche, was ich zu Pong der Neuauflage gesagt habe, ist hier von wegen der Steuerung her. Es gibt auch Analogsteuerung. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich sie zumindest mit meinen Einstellungen hier nicht so filigran machen kann. Kann ich also auch genauso gut das Steuerkreuz hier benutzen. Ist vielleicht eben eine Settings-Sache, die ich hier habe. Und dass es dann damals auf der Playstation besser funktioniert hat. Oder ob es dann gleich mal eine Drehregler-Unterstützung gibt. Wobei, ich weiß auch nicht, so klassischen Drehregler, die sind nie offiziell für die Playstation rausgekommen. Was ich mir vorstellen konnte, es gab das sogenannte, ähm, Jock-Con von Namco, was für Ridge Racer gedacht war. Das war ein, ähm, Controller mit einem Jock-Shuttle drauf. Äh, Jock-Shuttle wissen wahrscheinlich eher so noch die Videorekorder-affinen Leute unter uns. Das hatten ein paar Videorekorder nämlich drauf. War so eine Art, äh, Drehscheibe, äh, mit der man ganz genau vor- und zurückspulen konnte, ja. Die hatte dann meist noch so ein weiteres, äh, ja, so ein weiteres Gelenk oder sowas drin, dass man noch mit dem Finger so eine Ausbucht umpacken kann und so genau nach vorne und hinten drehen kann. Und das gab's auch bei dem sogenannten Jock-Con von Namco, das für Ridge Racer 4 gemacht wurde, wo du auf dem Controller einfach so eine Drehscheibe gehabt hast. Und jetzt muss ich drüber nachdenken, ich müsste mir mal so ein Jock-Con holen und gucken, ob ich das irgendwie für modernere Anwendungen als Analog-Input, ähm, für genau solche Spiele nehmen kann. Weil das wäre eigentlich ganz geil. Dann hast du ein gutes Playstation-Pad, ähm, um die restlichen Knöppes sozusagen draufzudrücken, aber auch so ein, so ein, äh, Drehregler in der Mitte. Und die werden ja nicht mehr wirklich so gemacht für viele der modernen Plattformen. Finde ich ganz geil, um solche Games zu zocken. Heißt natürlich nicht, dass es auch unterstützt wird, denn hier. Aber sowas macht das Spiel, erlebt ist natürlich immer einiges geiler, als wenn man dann hier über diese Behelfs-Lösungen dann machen muss. Und ein Stick ist kein Drehregler, ne? So, jetzt, oh Gott, war das mein letztes Leben? Ich glaub schon, ne? Ja, und das soll ja auch genug sein, finde ich, von Breakout in der Prison Break, äh, Edition. Ihr noch mal gesehen. Weiß ich auch nicht, ob ich das unbedingt gebraucht hätte. Ähm, was auch mit rausgekommen ist. Wir gehen auf die nächste Mats drauf. Mal kein klassisches Atari-Game, aber Galaga von Namco. 1981 rausgekommen. Äh, Space Invaders sind geiler, kann man sagen. Also für die damalige Zeit schon ein sehr großes Upgrade mit den sich bewegenden Formationen, mit, äh, den, ähm, ja, vielen Projektilen, die auch nicht nur geradeaus runtergehen können, sondern durchaus auch mal ein bisschen schräger sind. Ähm, das konnte durchaus gut funktionieren. Und Galaga war ja auch ein Spielprinzip, was dann häufiger noch mal upgedatet wurde. Äh, natürlich auch während der PlayStation-1-Ära mit rausgekommen. Und, ähm, wobei man dann sagen muss, es ist so ein Spiel, was viele Sachen in sich vereinigt. Wir gehen aufs In-Game einmal drauf, denn dann kriegen wir die lange, breite Story da zu sehen. Im Jahr 81 haben die Aliens genannte Galaga die Erde angegriffen. Und, ey, ich lass das jetzt nicht komplett ausspielen, aber diese Intro geht ewig lange, wo ich erzähle, was hier passiert. Manche dieser Spiele sind als Remake angelegt, aber werden dann storytechnisch als Reboot oder ein bisschen Halb-Sequel dann bezeichnet. Also das Spiel ist hier quasi ein Remake vom alten Galaga, aber man hat sich gesagt, hey, lass uns da mal gucken, ob wir die Story irgendwie da ansetzen lassen können. Und, äh, dann behandeln wir es dann irgendwie schon als Sequel vielleicht. Zieht das ein bisschen mehr, Leute, an. Die Geschichte jetzt hier dreht sich darum, dass die Menschen irgendwie von der Erde losgehen zum Kolonisieren. Aber die dummen Menschen, nachdem sie, nachdem der Krieg gegen die Galaga gewonnen wurde, haben sie das Militärbudget zurückgedreht und das in Forschung gesteckt, damit sie den Weltraum kolonisieren. Und dann kommen die Aliens zurück. Habt ihr euch hier dabei? Was habt ihr euch dabei gedacht, einfach hier so Geld in die Forschung zu packen und nicht in den Militär? Zieht mal eine Lehre draus. Immer das Geld schön in den Militär reinpacken. Auf jeden Fall, ähm, Kolonisten fliegen los und auf halbem Weg treffen sie auf Aliens, blablibla, blub, whatever. Lass uns die Dinger wegballern. Galaga Destination Earth von Namco, auch von Hasbro Interactive gepublished. Ja, aber so gesagt, nicht nur die Atari-Spiele sind uns genug, lass uns das auch für Nampo-Spiele machen. Ähm, Destination Earth. Denn hier genannt, wir gehen mehr auf New Game. Äh, auch hier, wie bei den anderen Sachen, Polygon-Optik mit reingetan, Render-Intros, die natürlich hübsch anzusehen sind für die damaligen Verhältnisse. Äh, wenn wir's jetzt gleich anfangen, der erste Level wird noch sehr traditionell wirken, aber natürlich jetzt durch die Perspektive hat man mehr Möglichkeiten, was man mit der Polygon-Optik anstellen kann. Komm mal, gerade einmal dran vorbeigeflogen. Und mal schauen, kommt der noch irgendwann? Egal, überspringen wir wollen. Wir wollen mal hierfür voll fett in die Action gehen. Ich spiele eigentlich das originale Galaga noch recht gerne, weil ich finde halt so Space Invaders-Klonen funktioniert schon ganz in Ordnung. Also, jetzt die Patterns hier weghauen. Hier bringen mir die Polygon-Optik in dem Modus jetzt hier nicht so viel, muss ich sagen. Klar, verglichen mit dem ganz uralten Galaga sieht es natürlich um einiges bunter aus, kann man dann so nehmen, aber die Polygon-Grafik, haben wir jetzt kurz die Smartbomb hier geworfen, die Polygon-Grafik macht das für mich nicht auch allzu fetter, muss ich anstellen. Oh, eine Sache, die mich stört, steuern geht hier einigermaßen. Allerdings seht ihr unter meiner Highscore-Liste, oder meinem Highscore da unten, eine Prozentzahl, die hoch und runter geht. Das ist meine Trefferquote mit den Schiffen hier. Und, ah, ich weiß ja nicht. Bei einem Spiel, was vor allem, es hat ja so eine leichte Schräge. Ich schieße ja nicht exakt gerade nach oben, sondern habe diese leichte Schräge, die hinzukommt. Und jetzt kommt der nächste Modus damit rein. Also, damit ich eine hohe Prozentzahl da halte, darf ich ja schießen, wenn Gegner da sind. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Spiel so spielen kann, ohne dann so im Dauerfeuer-Modus dann so ein bisschen zu sein. Weil ich will ja die Gegner, wenn ich nicht exakt in eine Richtung gerade schießen kann, muss ich zumindest das Gefühl haben, dass ich mich annähern kann an die Schüsse. Und dann geht es mir ein bisschen so gegen den Strich, immer diese Prozentanzeige da zu sehen. Verlangt das Spiel von mir, dass ich auch dann eine hundertprozentige Trefferquote habe in einem Spiel, wo das Treffen der Gegner eh ein bisschen schwierig ist, dadurch, dass die Perspektive nicht gerade ist. Finde ich nicht geil. Irgendwie als ob mich diese Prozentzahl, wenn sie runter geht, dann auch extra auslacht. Und das möchte ich nicht unbedingt haben. Jetzt können wir natürlich über diesen Starfox-Modus hier dann sprechen, der im Grunde die Perspektive nach hinten gekippt hat, sodass man es wie andere Weltraum-Shooter wie Starfox hier spielen kann. Allerdings durch das Steuerkreuz. Was mir dann hier abgeht, ist die Möglichkeit, normalerweise haben solche Games, die dann ja aus dieser Perspektive sind, Starfox jetzt nicht im Speziellen, aber ich denke da an sowas wie Panzerwagoon oder Raz oder so, die dann was Hähnliches genommen haben. Jetzt wird es ein Sidescroller übrigens, dass man einen Lock-On haben kann und dazu noch dann Sachen anvisieren kann. Guck mal, jetzt wird quasi Gradius draus. Gradius mit der Attack-Formation, die man hier machen kann. Das finde ich nicht schlecht, weil so viele Space Invaders, Galaga-artigen Spiele aus der Seitenperspektive sind hier nicht da. Aber auch eben etwas, was du erst mal dann gucken musst, wie lange du motiviert bist. Von den ganzen Remakes, die wir in der Folge gezeigt haben, ist das bisher noch mein Favorit, muss ich sagen, weil hier tatsächlich die Grafik mal benutzt wurde, um mehr draus zu machen aus dann einfach Polygone und schau mal, dass sich da was im Hintergrund bewegt, sondern dass du eben auch spielerisch noch mal ein paar andere Sachen anstellen kannst. Die Rückperspektive gefällt mir so hier mit am wenigsten, muss ich zugeben, obwohl die optisch hübsch und schön ist. Aber da gibt es bessere Shooter aus der Perspektive, aber da ist ja nur ein Teil des Games ist. Wenn wir auch eben gucken, ob wir mit der klassischen Galaga-Perspektive dann besser zurechtkommt oder mit dem Sidescrolling-Part, muss man dann schauen, was einem gefällt. Natürlich das Styling und die Musik. Fast jedes Spiel, wenn es nur noch ein bisschen mehr auf Action geht, dann hat es die 90er-Jahre-Breakbeats und schön hier Musik, die dann per irgendeiner Werbung auf MTV hätte laufen können, einfach, weil sie ein Stück Gesicht gesucht haben, das nicht so teuer ist, was im Hintergrund immer gespielt werden kann. So, geht ihr mal, darf ich euch auch mal hier irgendwie wegmömmeln. Jetzt sind alle, die weggegangen sind. Wie gesagt, Challenge Stage Complete. So viel habe ich nicht gekillt, das war die Bonusrunde. Sie kennen Leaving Power Core. Immerhin haben sie was aber mit der Optik dann hier angestellt. Und das wäre für mich am ehesten noch ein Game gewesen, was ich ein bisschen weniger als überflüssig erachte. Hätte ich vielleicht sogar damals ganz nett gefunden. Wir gucken mal, wie weit wir kommen, oder dass wir den Level mal zumindest beenden. Das Coole hier immerhin ist es, dadurch, dass wir eine Energieleiste haben, muss der Level nicht unbedingt sofort vorbei sein, wenn wir fertig sind, sondern können uns noch ein bisschen aussuchen. Oh, und jetzt habe ich die Ego-Perspektive hier. So. Bisschen Turret Action. Auch nicht schlecht. Also immerhin sind sie kreativ hier. Und, was hat uns das gebracht? Wave is cleared. Collect ships to increase lives. Und weiter geht es mit dem nächsten Part. Oh, jetzt sind wir, ist das so quasi der Trench von, ah, und jetzt kommt die Boss Wave, okay. Wir gucken uns da, wenn ich da gedacht, wie lang es dauert hier mit dem Boss und so weiter. Der Anflug auf den Todesstern, gerade hier so ein bisschen dargestellt. Mein persönlicher Favorit von dieser Art von Spielen ist Phoenix, Phoenix, auf der Matari 2600. Auch ein früher Ableger, ein früher Klon von Space Invaders. Es müsste sogar noch vor Gallagher rausgekommen sein. Ich würde jetzt sagen, das ist so ein 1980er-Spiel. Also 1980, das Jahr im Speziellen. Das Besondere bei dem Game ist es gewesen, dass es teilweise größere Gegner auch eine richtige Formation gegeben hat. Teilweise, die du einzeln bekämpft hast. Und ein Endboss, ja. Es müsste eines der Spiele gewesen sein, das als allererstes einen Endboss gehabt hat. Nämlich so ein großes Raumschiff, was du im letzten Level wegballern musstest, um an den Piloten in der Mitte zu kommen. Und das habe ich auch mal Tari rauf und runter gespielt. Das ist sogar eins der wenigen Spiele, wo ich mal auf einer Tauschbörse gewesen bin. Da gab es das Original verpackt für 5 Euro. Komplett neu. Habe ich mir mitgenommen. Steht hier vielleicht sogar noch ein Fundus irgendwo drin. Weil ich einfach das Spiel so gut gefunden habe. Und it's a classic for me. Kriege ich jetzt die Bossformate. Ihr wollt gerade sagen, es läuft gerade so gut mit der Energieleiste. Aber dadurch, dass sie sich wegbewegen, ist das nicht cool, Leute. Ich habe auch nur eine 20-prozentige Trefferquote gerade im Moment. So, ist das der letzte? Na komm, komm, lass dich wenigstens auch nochmal wegmümmeln. So, Wave cleared. Das ist das Ende. Level geschafft. Stage complete. So interessant diese Art von Neuauflage geworden ist. Ich glaube, ich habe auch alles rausbekommen von dem Spiel, was ich jemals wollte. Genug. Das reicht auch hier. Die Trefferquote war eh nicht geil genug, um die nochmal zu präsentieren. Also noch meines Erachtens das Lohnste, was wir bis jetzt gesehen haben. Lass uns mal vielleicht ein bisschen in die Anrichtung gehen. Wir gucken auf die nächste Mats drauf. Was haben wir hier? Den Berti. Den Kubert. Haben wir natürlich unseren Puzzle-Hansel, der nochmal herumläuft und die Blöcke umfärbt. Haben wir uns ja auch in einer der letzten Sendungen nochmal speziell darum gekümmert, wo es um Q-Board 3 auf dem Super Nintendo ging. Was eines der vergessenen Sequels ist. Viele, viele Jahre später nochmal auf dem Super Nintendo rausgekommen mit teilweise recht komischer Farbwahl. Q-Bert. Q-Bert. Q-Bert-Kulose. An der wir alle leiden hier. Der Verwandte von Pac-Man-Fieber. Die Q-Bert-Kulose hat uns im Griff. Und natürlich, wir gehen aufs Ingame rauf, hat man den auch polygonisiert auf die Playstation hier gepackt. Ein paar neue Modi hier drauf. Ich muss hier gleich nochmal gucken und aufpassen, weil mit den Einstellungen ist es ein bisschen knifflig. Wir können natürlich Classic aussuchen, aber ich würde gleich sagen, lasst uns Adventure hier nehmen. Die optischen Upgrades haben nicht gut den Zahn der Zeit an sich vorbeigehen lassen. Da hat er genagt, nämlich nagt, 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 nagt. Die ganze Zeit. Wir lassen mal, wenn er mir Easy einbietet, mache ich das auch. Warum auch nicht. Q-Bert trägt, nee, jagt dem anderen Kollegen hinterher, der das Hütchen trägt. Q-Bert Potter. Direkt an Hawk-Kulose. Will er sich da hinbeamen lassen? Wie auch immer. Wer braucht die Render-Szenen? Ich habe keine Ahnung. Was ich hier machen muss, ist auch nochmal den Controller umstellen. Weil irgendwie, wenn man es im Hauptmenü macht, dann stehen einmal nicht diese Einstellungen da, sondern da wird ein Controller gezeigt, wo ich nicht sehen kann, genau wie lenke ich das nochmal am besten. Also ich glaube, jetzt habe ich es auf meine preferierte Steuerung. Und ich muss auch für den zweiten Player das einstellen, wobei mir das ziemlich scheißegal ist. Ja, ich kann hier herumspringen und alles einfärben. Ich muss mir erstmal einen der Level hier aussuchen. Q-Bert, in welcher Ausgabe auch immer, ist Q-Bert. Muss man wirklich ehrlich sagen. Und ich bin nie der allergrößte Fan gewesen. Klar, solche Umfärbespielchen. Ich meine, es ist ein Spielprinzip, was du natürlich recht zeitlos designen kannst. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt viel anders gespielt, wenn es nicht in der Playstation herausgekommen wäre. Es hätte vielleicht anders ausgesehen. Lass uns mal gucken, was wir hier für abgesehen haben. Ich habe doch, habe ich nicht den Schild genommen. Heißt das nicht, ich bin geschützt? Vielleicht auch nicht. Machen wir erstmal hier alles voll. Ja, muss man schauen eben, ob man da Bock drauf hat oder nicht. Jetzt habe ich alles hier umgefärbt. Große Champion-Arbeit habe ich hier an den Tag gelegt. Achso, na, ich muss zum Ausgang, natürlich. Oh ja, ich hätte den Schild aktivieren sollen. Ist das richtig? Ist richtig, okay. Vielleicht wieder zurückgebeamst. Dann kann ich mal den nächsten Part mir nehmen. Und da ist er abgetaucht, okay. Guck mal, mein Kollege, was hast du hier? Es muss sich anscheinend für Hasbro rentiert haben, ne? Das, oh shit, jetzt bin ich da runtergefallen. Es muss sich anscheinend für die rentiert haben, da sie hier so viel von diesen Umsetzungen gemacht haben. So rum, okay. Der erste ist immer am schwierigsten, der erste Hopser. Weil ich kann da nie sagen, in welche Richtung ging das nochmal, um dann nicht aus Versehen unten zu landen. Wir geben mal den Hopser hier. Nach zwei Mal fällt es runter. Ich nehme mal den Schild. Der kann mir helfen, das hier mal wegzumachen. Also es muss sich rentiert haben für Hasbro, diese Auflagen zu machen, wenn die Lizenz schon mal da sind. Das muss jetzt auch nicht die Welt gekostet haben, diese Neuauflagen zu machen, je nachdem, welche verschiedenen Studios man beauftragt. Und vielleicht waren damals ja auch schon genug Nostalgiker da. Wie gesagt, ich bin nur seit dem Matari dabei. Ich hab damals in den Spielhallen noch in den 70ern drangesessen an den... Oh Gott. Der große Level verursacht gerade bei mir eher, muss ich das jetzt wirklich alles machen, anstatt, ey, ein großer Level. Lass mich das endlich mal hier erklären. Och, die Perspektive hier. Holy shit. Äh, ja, vielleicht gab's eben eine entsprechend große Klientel, die dann die nochmal ausgegeben hat. Oder, wenn Eltern das für ihre Kids gekauft haben. Ich kenn doch den Kuhbärth. Hätte auch ein Block sein können. Den hab ich damals jetzt schon gespielt. Also wirst du auch damit Spaß haben. Kleiner Timmy. Wieso fällt das mir denn direkt auf die Nudel? Kann doch nicht sein. Das ist nicht cool gemacht. Also, mal vom Level-Design her. Natürlich der Rest des Spieles. Einwandfrei erste Sahne. Jetzt hab ich einen Block da vergessen. Das ist aber nicht geil von mir, ne? Mal sehen, wo mich dieses Ding hinbringt. Oh, sehr gut. So, und? Gegner weggehauen. Wo ist der Ausgang? Da. Wieder zurück. Und? Harry Potter. Was ist der? Oh, der letzte. Mal sehen, ob wir den nochmal kriegen können hier. Ja. Äh, mach mich jetzt nicht so an, wie, äh, die Galaga. Neuauflage. Muss ich ihn, muss ich ihn jagen, oder? Nein, ich glaube, der färbt ihn nicht. Och, komm, dann fallen mir doch nicht auf den Kopf drin. Oh, nein, ich werd weggesaugt. Bin ich im Knast gelandet? Im Kübert-Knast. Ja. Dann reicht das auch damit. Das war Kübert. 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 Kubert. Wie auch immer du dich nennst. In deiner Neuauflage. Nicht auf lange Sicht, was für mich, äh, nächste Mats, die wir uns angucken. Hätte man eigentlich erwarten können, dass auch Asteroids natürlich da ist. Ist auch eines der klassischsten Spielprinzipien. Angelehnt an Computer Space, den, äh, ersten Spielautobaten, der jemals rausgekommen ist, äh, von Sisygi Entertainment, oder Sisygi Corporation, wie auch immer die hießen, die Vorfirma von Atari. Das wiederum basierte auf, äh, Space War, einer alten Uni-Demo, die dann, ja, ähm, sich bekriegende Raumschiffe im Weltraum gezeigt hat. Hier natürlich mit der Physik-Engine und Asteroide, die klein gehackt werden müssen. Ist ein mega klassisches, klassisches Spielprinzip. Ja. Gar nicht mal so spät am Abend. Doch eigentlich schon, wo ich hier gerade aufzeichne. Aber noch gar nichts getrunken. Trotzdem klappt es mit der Sprache nicht so richtig. Da kann man sagen, da hättest du am meisten aus diesem Spielprinzip rausziehen können. Weil Asteroids, du kannst eine direkte Linie auf die ganzen Twin-Stick-Shooter von heutzutage legen. Was dann Geometry Wars noch mal präzisiert hat, dass du mit dem einen Stick dann dein Raumschiff lenkst und mit dem anderen, ähm, dann die Schussrichtung. Das wurde auf so viele neuen Spiele, auf so viele neuen Adaptionen dann umgesetzt. Und da kann man eben sagen, ohne Asteroids hätte es diese Art von Spielen nicht gegeben. Asteroids funktionieren ein bisschen anders, aber, und wir gehen aufs Ingame drauf, da sehen wir es. Nicht von Hasbro gepublished, sondern von Activision, interessanterweise. Wobei, wir können gleich mal gucken, ob Hasbro irgendwo noch die Finger dann drin hatte, weil, ich meine, das ist ja auch eine Atari-Marke, eine Atari-Games-Marke oder so gewesen, aus den Spielhallen. Wurde auch modernisiert, aber ich glaube, da war man noch nicht in diesem Twin-Stick-Shooter-Reigen drin. Auf der Plattform hattest du schon Twin-Sticks mit dem ersten DualShock. Der müsste da eigentlich schon rausgekommen sein auf der Playstation. Soweit ich sehen konnte, habe ich hier keine Einstellungsmöglichkeit leider für Twin-Stick-Shooting dann gefunden. Wobei man aber auch sagen muss, das würde das Spielprinzip von Asteroids verfälschen. Du brauchst diese Schubrakete mit der Trägheit, du musst den Gegen steuern können mit dem Schub. Und da würde so klassisches Twin-Stick nicht funktionieren. Du kannst Twin-Stick dir selber machen, indem du in eine Richtung dann fährst, dann umdrehst das Schiff und dann ballerst. So ein bisschen, das funktioniert, aber auch ein sehr langes Intro wieder brauchen wir nicht. Und hier angucken, Asteroids. So, wobei da. Asteroids ist a trademark of Atari Interactive a Hasbro Affiliate. Also Activision published ein Spiel, was eigentlich Atari Interactive respektive Hasbro dann gehört. Wie auch immer. Muss ich gelohnt haben. Wir machen eine Single-Player, machen ein neues Spiel. Und ich glaube, wir bekommen gleich Sprachausgabe zu hören, wenn ich mir hier... Ich gehe mal auf normal. Ja. Wenn es mal geladen hat. Oh, und wir können uns das Schiff natürlich aussuchen. Wir haben viele verschiedene. Ich nehme mal das Klassische mit Dagger. Hier. Spatial Distortion has released you in the asteroid belt known as Sigma Delta. Oh. Your mission is to clear the belt of all asteroids, making interstellar travel in this part of the galaxy safe. Take extra precaution of the crystal asteroids, as they can regenerate after they've splintered apart. Keep your eyes open. We will try to drop you some new experimental technology. We'll pull you back to base through a small wormhole when you have cleared the sector. Happy hunting. Wir haben eine CD. Wir haben eine CD. Lass uns den alten Militärkapitän dazu holen. Der spricht und uns Glück wünscht. Ah, das ist immer noch Rendersequenz. Das ist noch nicht das Spiel. Ja, sie haben es optisch ein bisschen modernisiert. Zumindest der Einstieg des Spieles. So ein bisschen den Anfang hauptsächlich gespielt. Der ist noch sehr, sehr klassisch Asteroids. Kann natürlich auch sehr gut sein, dass da noch mal mehr erweitert wird im späteren Laufe des Spieles. Ähm, und ich steuere es mit der Standardsteuerung weiterhin, so dass ich eine Schubtaste habe und eine Ballertaste. Also ich mache den Schub hier. Vierdimensionale Grafik. Das heißt, wenn ich am einen Rand rausfliege und ich hätte nicht den großen Mega-Asteroiden. Chip Regenerating. Wo schmeißt du mich raus? Ich hoffe da, wenn der Asteroid vorbei ist. So. Ich muss trotzdem anfangen, die dann entsprechend zu beballern. Ich sollte dann gucken, wo ich das mit den Schüben hier anstelle. Eine Sache, die ich habe, wenn ich mit dem Steuerkreuz nach oben schieße. Oh nein, jetzt, ich hätte nicht so weit am Rand sein sollen. Wenn ich mit dem Steuerkreuz nach oben bewege oder nach unten, dann dreht sich mein Schiff nochmal um. So, da hatte ich gerade ein bisschen Schuss, ein bisschen Schutz durch ein Schutzschild. Ist ein bisschen schwierig, so mit den Kontrasten hier zu sehen. Das war der Vorteil an der Arcade-Version, an der alten. Dass du sehen konntest, wo genau die Blöcke sind. So, ich glaube, ich habe es geschafft. Ne, eins ist noch da. Oh, ne, nach hinten reingerutscht. Nicht geil, Gregor. Das machst du nicht gut gerade hier. Aber immerhin durch das Dran-Dotzen. Habe ich den hier weg. Und noch habe ich Autoshield. So, lass mich mal... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, das hier holen. Genau, ich glaube, ich habe noch teilweise ein bisschen Schutz, den ich hier annehmen kann. Es ist so schwierig, wenn du jahrelang Trinkstick-Shooter gespielt hast. Wieder auf diese klassische Steuerung rüber zu gehen. Ich habe mir sehr schnell den Game Over hier eingehandelt. Aber ja, es ist eine Modernisierung, eine optische. Da kriegst du bestimmt noch mal mehr Sachen, die du machen kannst. Ich verliere aber auch leider hier. Genauso, als wenn ich das alte Asteroid spielen würde, im Jahr 2021, wo wir es aufzeichnen hier gerade. Man muss gucken, ob man die Motivation dann findet. Oder ob es jetzt für das originale Asteroids ist. Oder ob es für Asteroids in dieser Neuauflage hier ist. Eventuell seid ihr ja große Fans davon. Da finde ich das Galaga Revival dann doch einen kleinen Tacken besser. Lasst uns einmal noch in die Werbung kurz gehen. Und wenn wir gleich zurück sind, habe ich noch zwei Spielchen für euch. Eventuell. Wobei, die gehören zwar nicht ganz in diesen Hasbro-Reigen. Ich habe noch ein paar andere Remakes, wo man sich noch mal ein bisschen drüber streiten könnte. Aber die fand ich insgesamt ein kleines bisschen besser. Wenn noch Zeit ist, zeige ich noch ein anderes. Aber ansonsten zwei Spiele gleich nach der Werbung. Tudas Note Remakes. Neuauflagen von Spielen, die man potenziell gebraucht oder auch nicht gebraucht hat. Und bei den Sachen, die wir uns bisher angeguckt haben, man meines Erachtens nicht so enorm viel dabei, dass sich die Neuauflage auch wirklich richtig gelohnt hat. Mit Ausnahme von Galaga eben, weil das so ein bisschen mit der 3D-Grafik gespielt hat. Wir gucken die nächste Mats an. Und das nächste Spiel, was wir uns angucken, ist ein Game. Ja, wurde von Konami damals gepublished. Frogger, auch ein absoluter Klassiker, den ich auf dem Atari auch hauptsächlich gespielt habe. Ein sehr teures Modul damals. Ich kann mich erinnern, dass mein Onkel über 100 DM dafür bezahlt hat, damit wir das mit der schönen silbernen Verpackung damals haben konnten. Ja, Konami hat mit silbernen Verpackungen vor dem NES bereits angefangen. Ihr müsst den Frosch von der Unterseite des Bildschirms nach oben bringen, dann die verschiedenen Bereiche ausfüllen und gucken, dass ihr nicht überfahren werdet oder dass ihr im Wasser landet. Wir gehen aufs Ingame. Aus dem Jahr 1997. Auf der PlayStation 1. Frogger, he's back. Back again. Er ist wieder zurück. Auch Hasbro Interactive. Da muss ich auch sagen. Konami hat gepublished das Original. Also gehören denen die Rechte. Hasbro hat einfach eingekauft, ne? Atari-Marken reichen, nicht? Jetzt holen wir das jetzt zurück. Jetzt seht ihr die Polygon-Optik. Geil, wir sind im Jahr 1997 angekommen. Wow. Die Autos sind plastisch. Es sind viel mehr Sachen da. Die Action, sie ist geiler. Die Zukunft, sie ist gekommen. Ich steh auf nem Flieger drauf. Mann, und ich bin immer noch Frogger. Ist das der Hammer? Da leck ich mir den Titel her. Ribbit, Ribbit, Ribbit. So geht das ab. Ja, die Modellisierung von Frogger natürlich auch mit vielen anderen Sachen hier noch mal erweitert worden. Mit Fortsetzungen und so weiter und so fort. Wir können, glaub ich, beim Standard bleiben, weil die Steuerung funktioniert schon so ganz gut. Der erste Level. Man hat hier verschiedene Startlevel, die man machen kann. Wir gehen erst mal auf diesen Standard hier oben drauf. Retro Level 1. Zum Glück, was du hier machen kannst, im originalen Frogger, hattest du ein Level. Nicht viel anders als das, was wir hatten. Natürlich hier die Playstation in 4 zu 3. Oh, jetzt hab ich mich ein bisschen überbeansprucht. In 4 zu 3 statt den Hochkantmonitor, den wir haben. Das heißt also, du kannst nicht wirklich den kompletten Level drin haben. Ich hab den ersten Frosch erwischt. 14 Sekunden dafür, wo wir den nächsten dann mitnehmen können. Aber dadurch, durch das Scrolling, ist jetzt halb so wild, würd ich sagen. Ja, es ist ja nicht so, dass du... Was? Ich war doch drüber. Sag mal, wieso säuft denn ein Frosch ab? Ergibt das Sinn? Also ja, ich seh ja hier, dass dann... Ach komm, wirklich? Biu-du-dup-dup-dup. Könnte ein Frosch nicht einfach im Wasser sein? Probieren wir mal in den nächsten Level aus. Nehmen wir mal das Uhrwerk. Oder warte mal, warte mal. Das Uhrwerk hier. Ah ne, Uhrwerk ist der letzte. Ich hätte sonst den Horror-Level da genommen. Scorching-Switches oder sowas. Aber wenn es da Lava ist, wo ich runterfälle, kann ich es eh verstehen. Aber gut. Äh, so. Das hier, nicht schlecht, muss ich sagen. Das Frogger-Prinzip, natürlich mit dem Bewegen der einzelnen Blöcke. Mach noch mal was her. Äh, so. Hier musst du natürlich auch dann gucken, wie deine Perspektive ist und teilweise sehr fix agieren. Oh nein, jetzt habe ich, oh, ich hatte einen Superhop. Oh, mein Zeitlimit geht hier runter. Ähm, hat mehr Potenzial auf jeden Fall, als die anderen Spiele hier, die Upgrades zu machen. Also, das ist auch ähnlich wie Galaga wahrscheinlich eins, wo du sagst, hey, wenn du dich da mit den Leveln austoben kannst, oh, ich hatte keinen Superhop, ne, der mich hier sprengen kann, kannst du dich ein kleines bisschen mehr austoben und mir gefällt das eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Oh, ups. Einmal drauf. So, wir müssen das ja anlassen. Klub. 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 Bidididipip. Also, so interessant, es gibt uns die Gelegenheit, nochmal einen anderen Level zu sehen. Interessant, sie es zumindest umgestylt haben. Unknifflig ist das nicht. Ähm, und natürlich auch hier einher mit den anderen Sachen, du musst Bock auf das Spielprinzip haben. Aber es hat Potenzial, eben ein bisschen mehr was draus zu machen und Tipin haben wir eigentlich vielleicht direkt weggebeamst. Oh, das ist nicht geil, Leute. Musst du auf den Knopf drücken? Oh, ich muss dich schlecken vielleicht. Oder auch nicht. Ich musste sie, glaube ich, nicht schlecken. Dann können wir auch den letzten Level ausprobieren. Nein, nicht Retro. Der Startlevel hier zumindest. Lily Islands. Ähm, ja, wenn man die Muße hat, sich da reinzuarbeiten. In Ordnung. Wahrscheinlich. Aber, ja, wenn ich umsonst haben wir es ja auch nochmal anderswo gefeatured, Gott, anderswo gefeatured, aber du musst auch die Aufmerksamkeit, das zu haben. Ja, ich hatte ja auch nochmal eine andere Folge mit Remakes, die nicht so gut gelungen sind. Ich glaube, das hatte ich da auch nochmal kurz gefeatured, aber da ging es mir mehr über die Auflage der Serie, die dann zu Gamecube und PS2 und Xbox-Zeiten gekommen ist. Und, mh, die war kein wirklich schönes Remake. Hier immerhin, ja, kann es schon machen, aber hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht. Genug davon, genug geforgert. Wir, äh, gucken uns die letzte Mats an, die ich vorbereitet habe. Und, so viel sind da nicht mehr über in Atari Classic, doch, einige schon, also hättest du nochmal viel mehr machen können. Aber Centipede, hättest du in Crystal Castles oder sowas vielleicht neu machen können? Keine Ahnung, Centipede war auch eine erweiterte Space Invaders-Version, wo du dann, äh, Tausendfüßler weggeballert hast. Klar, natürlich, ja, diese Tausendfüßler haben es auch verdient. Warum nehmen die den Leuten auch die Turnschuhe weg? Ähm, man konnte mit seinem Schiff oder was auch immer man da gewesen ist, noch ein bisschen sich frei bewegen und hatte nochmal diese Blöcke, die so Space Invaders-artig nochmal Widerstand gegeben haben, da drin. Lass uns zum Ingame gehen, natürlich auch, wurde Centipede neu aufgelegt. Wer könnte es sein, außer Hasbro Interactive? Jawohl, meine Freunde. Leaping Lizard Software, mir vorgestellt, dass die am ehesten, passt der Name eher auf Frogger, aber nein, die haben sich um, ähm, um Centipede dann gekümmert und natürlich, Spielprinzip, seht ihr gleich, auch relativ ähnlich, muss man ja, wenn man schon mal die, die große Centipede, Centipede-Fanbase Ende der 90er dann abgreifen möchte. Sag mal, wie viele 8 Milliarden Intros wollen wir denn noch haben? 1999 rausgekommen, da freut sich jedes Kind, wenn es Centipede unterm Weihnachtsbaum dann findet, weil es hat ja, schaut's dir an, der ist ja voll, voll gruselig gerendert, ne, gehen wir auf Adventure. World Widom, The First of Thieves, da wird wenigstens was nicht vorgelesen, die Centipedes und ihre, ach, wie auch immer, blablab, ja auch egal. Ähm, auch hier, hätte ich gerne Twin Stick gehabt, kann sie auch kaum verstehen, ne, we built a ship, das bin ich, der Held, to fly, der Opa mit der Wünschelrute, er war kein Held, sondern ein Erbsenzähler, ein Bienencounter, oder so. Was sie damals noch nicht so konnten, war Tonabmischung, hab ich das Gefühl. Das war ja immer so schwierig, ne, gerade zu so frühen CD-Zeiten. Ich weiß ja nicht, misch doch einfach für Stereo ab und schon ist es gut. Kannst ja nicht viel schief machen bei. Egal, ähm, Spiel ist eh nicht so und ich hätte mir tatsächlich bei dem Look hier, weil man sich ein bisschen freier bewegen kann, auch gerne so ein bisschen Twin Stick gewünscht. Spiel funktioniert hier ein bisschen anders, ich kann nach vorne und hinten mit dem Steuerkreuz, links und rechts kann ich mich drehen und mit L und R kann ich strafen. Ähm, und, äh, ja, ist wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es einem nicht so viel die Freiheiten lässt, also, ich hab mal, ich hab probiert, Twin Stick irgendwo in den Optionen zu finden, vielleicht ist es vorhanden, es kann sein, dass ich vielleicht nicht nur die Option gefunden habe, ähm, ähm, aber es geht auch so schon irgendwie, na, es ist nur eben, dass ich Twin Stick referiert hätte, weil es die mittlerweile anerkannte Methode ist. Ja, ich kann hier rumdrehen, kann mich bewegen, kann die Pilze hier weghauen, da kommen die Centipedes von da oben. Im Adventure-Modus werde ich wahrscheinlich hier nochmal die Türe aufmachen können. Sollen wir mal kurz, kurz gucken, dass ich hier die restlichen Köbbel hier weghauhe. So hab ich ihn gefangen. So, kann ich durch? Reicht das? Nein, da kommen natürlich noch mal ein bisschen mehr Centipedes hin. Na, habt ihr noch Spaß? Hat sich's gelohnt, der Einkaufspreis? Sicherlich. Das ist Fun of Fun ohne Ende. So, wir werden wir das nächste Mal nehmen. Flup, 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 flup. Das sind ja nicht umsonst so zeitlose Games. Oh, was? Hat der da gerade so einen blinkenden Pilz hingekackt? Das muss nicht sein. So, komm mal ein bisschen her. Schöner war, bei Centipedes immerhin, ich meine, da kann ich auch die Atari-Version eher, wenn man mal die 1000 Füßler in so einem Muster gefangen hat, ne, dass die dann immer zwischen so zwei Sachen hin und her bouncen und man innerhalb kürzester Zeit dann viele Teile von ihnen weghauen kann. Och Gott, das geht mir jetzt schon auf die Nudel so ein bisschen, ne? Ui, ui, ui. Da habe ich ein bisschen zu viel gewollt. Da bin ich herangeplopst. So, und checken wir mal, ob wir das ob es das reicht, um jetzt den Körbel hier wegzumachen. Noch eine neue Farbe, ne? Ah, äh, jetzt ist wenigstens die Brücke unten. Ja, geil. So, lass es hier drüber. Ne, ich muss auch noch gucken, dass ich die Brücke exakt rüberkomme, weil das ist das Wichtigste. So präzise das hier funktioniert. Okay, oh Gott. So, flop, 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 flop. Und da die Häuser wegzimmern, da sind Gegner, kann man noch hier Blümenschilk und hier noch, und jetzt sind wir wieder bei den, bei den Sandipeds oder so. Ja, ich weiß nicht. Es sieht auf jeden Fall moderner aus als das Original. Irgendwie. Aber so viel kommt da auch nicht bei rum. Äh, wisst ihr was? Genug. Genug, würde ich sagen. Es reicht. Bei dem Spiel hier. Aber nicht mehr. It's enough. Ich hab mich, äh, SID gespielt. SID war ja das Kunstwort, was geschaffen wurde, um zu sagen, dass man keinen Durst mehr hat. Mich dürstet es nicht mehr nach, äh, diesen Games. Immerhin, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wie gesagt, ich will mal gucken. Ähm, eigentlich würde ich das jetzt nicht dazu zählen, wobei man das auch schon zu den, ähm, Remakes aus der Ära zählen kann, was genau in diese Schiene raus, äh, reinfällt. Nämlich ganz frühe 80er- und 70er-Titel, die dann noch mal neu aufgelegt wurden. Wobei, das ist jetzt kein Hasbro-Titel, sondern der wurde von Namco direkt gemacht, äh, zur Playstation 1-Era. Wir gehen aufs Ingame drauf. Xevious 3D-slash-G-Plus ist, glaub ich, äh, sowohl Original-Collection als auch mit Neuauflage hier mit dabei. Xevious natürlich einer der Ur, eines der Ur-Shooting-Ups, Top-Down-Shooting-Ups, die dann, äh, auch in den Spielhallen richtig abgegangen sind, tausendfach umgesetzt wurden. Ein großer Klassiker, gerade in Japan, super beliebt. Und hier mit dabei ist gleich die 3D-Variante, also hier in der Collection mit dazu gepackt, nicht als einzelnes Game. Und die find ich nicht so schlecht gelungen, muss ich sagen. Also, nicht umsonst, funktionieren für mich wahrscheinlich eh wirklich die Studium-Aps, dass, oh, können wir mal kurz, äh, rausgehen hier bei der Regie? Und ich glaub, ich hab ein Setting hier vergessen, natürlich, weil das Spiel nicht auf analog ausgerichtet ist, und ich natürlich mit Dualshocks hier gespielt habe, ist das etwas, was wir, ähm, vernünftig umstellen müssen, denn da spielt es relativ früh zur Playstation 1 hier rausgekommen, und damals mochte man keine Dualshocks. So, jetzt kommen wir wieder aufs Ingame. Jetzt hab ich wieder einen Nicht-Dualshock-Controller quasi drin. Ähm, wenn die das quasi als so Modus mit dazu packen, ne, durch die Polygon-Optik, hat man hier immerhin, ähm, so den Look einigermaßen erhalten können. Ja, man hat es jetzt nicht zu sehr modernisiert, man hat auch die eigentlich Urperspektive sich dann erhalten. Was mir hier ganz nett gefällt, ist immerhin dadurch, durch diese ganz flachen Polygone hier auch, ähm, dass man, wie schon gesagt, einerseits den Look erhalten hat, aber andererseits auch so ein bisschen Spielereien machen kann, was, ähm, die Modelle angeht, im Gegensatz zu der Galaga-Neuauflage, die ja dann nicht bei Namco selber entstanden ist, sondern dann bei anderen Teams gemacht wurde. Auch hier Perspektivenwechsel, dass du mal ins 3D hier reinkommst, shit, und jetzt hat mich der da erwischt, das war natürlich nicht ganz so geil, also es wird noch mal ein bisschen mit Perspektivenwechseln hier gearbeitet, und große Gefährte, shit, ich muss jetzt wirklich mal aufpassen, weil ich wollte eigentlich zumindest zum Boss hier hinschaffen, weil der doch ganz cool geworden ist. Ähm, zusätzlich mit den beiden Ebenen, die auch schon bei Savius vorhanden gewesen sind, eine der Schule, die quasi das Konzept von den hohen und tiefen Ebenen reingebracht hat, in die Shooter im Ups. Ähm, Uhr, und, äh, finde ich okay in der Form, wenn es dann hier so mit beigepackt wird, und shit, das ist alles getroffen, aber, kontinuiert, nehme ich mal, erlaube ich mir mal, hier, so, uh, mit Superspecial, uh, geil, 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 so, aber, ich muss das Raumschiff so aufdütteln mit meinen Bomben, sonst geht das, wenn ich, ja, ich persönlich hätte noch mal eher das so gesehen, da hätte ich mir vorstellen können, vor allem, wenn die alten Teile mit dabei sind, dass ich es mir dazu hole, ähm, um zu mal zu resümieren, werden wir hier noch mal ein bisschen Gameplay hier sehen, bei den gezeigten Games hauptsächlich, würde ich sagen, dass der Großteil für mich persönlich ist schon recht, recht überflüssig, ne, das hätte ich jetzt in diesen Neuauflagen nicht gebraucht, und eventuell mit dem einen oder anderen Spiel kann man ja auch ein bisschen Spaß haben, mit dem Galaga, mit dem Pong, auch mit dem Breakout und so weiter, bei manchen hatte ich so selbst nach einer Session schon das Gefühl, das reicht, und sehr ähnlich, als wenn ich eben diese ganz alten Klassiker einspiele, weil ich werde jetzt nicht mehrere Stunden da dran sitzen und wirklich das originale Pong-Spiel, wobei Pong könnte man sich noch mal überlegen, weil man entsprechend einen Kollegen mit bei hat, wo man noch mal sehr oldschoolig dann spielen möchte, aber, hey, I don't know, ne, könnt ihr selber gerne mal entscheiden, schreibt mir in die Comments unten mit rein, ähm, wie seht ihr, sind das für euch hier überflüssige Remakes gewesen, oder war es genau das, was ihr zu der damaligen Zeit gewollt habt, vor allem auch in dieser Masse und mit diesem Umfang, dass so viele oldschool Games dann vor allem visuell neu upgegradet wurden, oh, schwierig, schwierig, ja, kommen wir hier noch mal vorbei, dass sie visuell vor allem neu upgegradet wurden, oder, seht ihr es eher im Bereich des überflüssigen, oh, ein Leben haben wir noch, so gut stelle ich mich hier gerade nicht an, aber ich moderiere ja auch ab, ähm, denkt daran, ähm, der Retro-Club alle zwei Wochen hier auf Rocket Beans TV am Freitag gibt ihr, äh, könnt ihr den sehen, ihr könnt auch gerne Themenvorschläge, kontinuieren lassen wir mal, aber wir sind ja in Area 2 gekommen, Themenvorschläge könnt ihr gerne auch in die Comments mit reinschreiben, ich versuche dann natürlich immer zu gucken, was ihr gerne mal für verschiedene Sachen haben wollt, und da ist viele gute Sachen mit dabei von euch schon gewesen, ihr könnt uns auch gerne im Rocket Beans Supporters Club unterstützen, der macht es uns möglich, solche Formate wie die hier zu machen, und, äh, merkt euch vor, äh, dann gegen Ende Oktober des Jahres 2021, wo wir das aufzeichnen, kommt das Retro-Club-Buch, also nicht vergessen. Ich war der Gregor und ich sage, Tschüss.